Kinderclub stellt vor. Prinzessin, möchtest du auch mal mit dem Reifen rutschen? Nein, denn danach muss ich den Reifen doch da wieder hochschleppen. Gut gemacht, bravo. Ich will auch, ich will auch. Prinzessin, lass uns Schlittschuh holen gehen. Auf keinen Fall, man kann noch hinfallen. Okay, wie du willst. Prinzessin, guck mal, was ich für eine Burg gebaut habe. Lass uns Schneebälle werfen. Schnee ist genau wie Eiscreme. Aha, jetzt weiß ich, was ich spielen will. Ich eröffne meine eigene Eisdiele. Ein Sahne-Eis in der Waffel schmeckt mir gut, ein schönes Eis im Stiel mir auch gut tut. Was ich am liebsten habe, ist Eis und Schokolade. Hoch da, ja, das mag ich gern. Mjam, miu. So leckeres Eis, mjam. Mjam, miu. Mjam, miu. Mjam, miu. So leckeres Eis, miu. Mjam, miu. Venille und auch Erdbeer, das ist klar. Schmecken köstlich und so wunderbar Mit Schweißel auf und drauf Oder Soße, das geht auch Jetzt lasst uns nicht mehr reden Mjam, mhm, so leckeres Eis Mjam, 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 mhm, so leckeres Eis Mjam, 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 mjam Mit Nüssen und auch süßem Honig Noch zur rechten Zeit mich glücklich Schokoladenstüppchen rein In ein schönes Glas hinein Ich werde es selber machen Oh, so leckeres Eis. Yum, yum, yum. So leckeres Eis. Mim, 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 mim. Mim, 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 mim. Lecker. Das ist mein absolutes Lieblingseis. Was machst du, Prinzessin? Das ist doch Schnee. Man darf keinen Schnee essen. Aber warum denn nicht? Oh je, ich glaube, ich bin krank. Puh, Prinzessin, trink diese Medizin. Sie wird dir helfen. Ich will nicht. Das schmeckt so bitter. So wirst du schneller wieder gesund. Und kannst wieder draußen spielen. Klopf, klopf, ich bin wieder da. Seht mal, was ich hier habe. Hurra, lecker Eiscreme. Und zwar richtige Eiscreme. Hatschi. Oh. Gesundheit, meine Liebe. Gesundheit. Mama, gib mir schnell diese Medizin. Ich will nicht mehr krank sein. Seitdem ist die etwas trotzige Prinzessin nur noch richtige Eiscreme. Und spielt im Winter andere Spiele. Tor. Mama, komm zu uns. Ja, ja. Ich komme gleich. Oh. 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 Hm? Grü Spiele. Huh? Okay. Hey. Hey, Hey. Hey, Hey. Hey, Hey. 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 How are you? Hey. 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 Untertitelung des ZDF, 2020